Hallo! Modellbau ist doch so einfach. Man nimmt einfach einen Bausatz. Hier zum Beispiel einen Airfix-Bausatz in 1 zu 72, den man mal zum Takt des Modellbaus bekommen hat. Und man macht einfach und schon ist der Bausatz ausgepackt. Man hat die Einzelteile und könnte jetzt loslegen. Aber es geht noch einfacher. Und nun haben wir schon das fertige Modell. Eine der Heavilland DH 88 Komet. Fertig gebaut, fertig gesprüht und das geht so einfach, indem man einfach macht.